Servus grüß euch, jetzt willkommen in dem Video Sammich und heute World Zero für Roblox Rony meine Freunde, let's go und dann machen wir Besiege Gift Cobras meine Freunde Besiege Gift Cobras meine Freunde Gut zu schwimmen Och ein paar mehr brauchen Let's go Wunderbar Let's go weg meine Freunde, let's go weg Ja echt Läuft meine Freunde, läuft Läuft Wunderbar Läuft 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 jawohl da war meine freunde wunderbar zwei bisschen hinsetzen meine freunde bis dahin setzen bist du schön gemütlich machen das war eine schöne waldhütte ist das meine freunde perfekt das war doch mal rein was war das wo bin ich denn jetzt ich habe schon gedrückt meine freunde, seht, da muss ich aufpassen aber wir sind gleich, vielleicht gibt es waschen da sieht man die zeit meine freunde, da sieht man die zeit wie noch volles gelungen der boss let's go da brennt überall meine freunde, da brennt überall da brennt überall da brennt überall der map sollst du ja auch geben das wollen wir meine freunde halbzeit meine freunde, dann kommt der boss halbzeit Hallo Drift Drifterz Wunder 12 Hallo mein freunde Hallo mein freunde Drifters 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 1,2 1,1,2 Hallo mein freunde haaa haaa so boss is coming boss is gleich gekommen let's go let's go so 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 jetzt springen wir gleich meine freunde jetzt springen wir gleich klein ist er doch, klein ist er doch meine freunde I love your content, keep it up thanks a lot mein freunde thank you very much thank you have a great day mein freunde wow was geht los was geht los meine freunde wow weg eine machen let's go so muss mal aufpassen geht es richtig ab sind zwei meine freunde oder sind sie jetzt aber ein bissl raushalten die anderen ranlassen so indem wir ran meine freunde immer ran so let's go einer ist weg einer ist down perfekt mein freunde so er it's gone mein freunde so 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 hat der uns gut oh sehr gut das haben wir gute Glück 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 ist gar nicht mal so schlecht 4 4 3 ist gar nicht mal so schlecht 4 4 3 ist gar nicht mal so schlecht 4 2 6 und dann mal alles bringen wir ausrüsten oder? jawohl genau so machen wir das genau so machen wir das genau so machen wir das aufpassen so jetzt müssen wir uns da wieder hinnaviggen das ist ja gar nicht mal so weit weg let's go so keep moving so wir sind level 26 die frage wie da vorbeikämen das hat die roten probleme kommt her meine freunde also bin ich so give me healing give me healing give me healing my friend give me healing yes thanks a lot bei euch brenne bin ich noch zu lopen bin ich noch zu lopen bin ich meine freunde ich muss einfach weg einfach durch einfach rennen da bin ich noch zu lopen da bin ich noch zu lopen das ist das geil spieler das play my friend let's go weg schmutz perfekt mein friend die große giftblume kommt bald kommt mit let's go gerne giftblume meine freunde giftblume 3006 das können wir verkaufen verstetigen verkaufen bestätigen wunderbar mega mega nice wir haben Zeit meine freunde we have time to backseat and enjoy euer life so meine freunde was geht ab was macht ihr so erzählt mir mal erzählt mir von eurem schmerz meine freunde so also 60 mit 70 800 100 500 500 500 500 Hallo, der Gaming Jojo, Servus, ich bin online, mein Freunde Berge, komm, join in, halli hallo, gestern ist leider nichts mehr wunderbar am Futtern, war es aus und vorbei, mein Freunde Berge, so, ich bin inzwischen schon, Label 26, wir können uns online treffen, wenn du willst, mein Freunde Berge, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Zeit, Jojo, Jojo, so, so, wir kommen zum Boss, wir kommen zum Boss, meine Freunde, und X, wir kommen, wir kommen weg, meine Freunde, wir kommen weg, hau, man weg, let's go, mein Freunde Berge, wo, 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 muss man mal ein bisschen zurückziehen, meine Freunde, muss man ein bisschen zurückziehen, so, so, wow, so, let's go, let's go, let's go, let's go, die Agro haben wir schon, meine Freunde, die Agro haben wir schon, geschafft, erledigt, jetzt, so, zuerst mal schauen wir, dass er, was haben wir bekommen, 461, das ist natürlich geil, Brühe ausrüstung, das gleich verkaufen, wunderbar, wo kann es da ein Freund einladen, meine Freunde, wo kann es da, da ist er, ist er schon da, wo ist er denn, ah, da ist er, 110er, da ist er da, Jojo Kilian, 2004, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, 110er, das war der für eine Klasse, das weiß man nicht, gell, irgendwas magisches, sammende oder so, sammende, schreib bewusst, er sammende, er sammende, meine Freunde, er sammende, so, so, jetzt werde ich wieder weitergehen, so haben wir gesehen, Jojo, mega geil, keine, keine Frage, so, wir noch, tier 5 Klasse, das heißt, und der K, 1,2,3,4,5, ja genau, du musst alle 110 sein, dann char resetten, char resetten, meine Freunde, und dann, muss man sammende, glaube ich, nur mal von vorne anfangen, so, dachgoblen, let's go, dachgoblen, wir sehen, der wachend vor, der wachend vor die Schlange, so, kann man, meine Freunde, come on, let's go, let's go, wunderbar, haben uns auch ein bisschen vergiftet, aber das macht nix, das macht nix, meine Freunde, so, der leiter Boss braucht noch ein bisschen, er hat noch ein bisschen Zeit, meine Freunde, ich habe free bet, wir haben ein klein, wir haben ein klein, du kannst darum, mit den z внешnêmen anfangen, zu bekommen, ja, du kannst das kaufen, dann sagen wir mal, beschwören, nach Prestige, den lehnen falschen haben wir zurück gesetzt level 110 erfordert aber wie sowieso wenn es möglich ist geht es erst auf den tag von mir nicht da ist vielleicht die mann und der geistbogen schütze geistbogen schütze ganz gern muss ich ganz ehrlich sagen und dann später mal zusammen das sind so meine ziele weil in früher in welter vorkraft habe ich mir gespielt bis master und ganz früher in der kirche kremmelot war immer so zusammen da kann man das beschreiben so zusammen weiter geile klasse so meine freunde post geht los das beide der fest awesome mega so post krimp meine freunde post krimp let's go let's go post krimp so am renke sammelt was gemacht meine freunde let's go jetzt sind wir voll am schnitzel meine freunde das war's schon das war's schon ist auch der der jojo dabei meine freunde der jojo ist dabei so was haben wir denn wo ich mal was weißes kriege die sind anscheinend sehr weit voll gell diese eisenrüstungen sind ja anscheinend sehr wertvoll aber die kommen ja verzaubern und sollte man vielleicht später verkaufen vielleicht verkaufen so man kann die dritte anfrage will ich gar nicht weil die sind ausgestellte oder jetzt lassen wir schauen einsteigen also da habe ich schon ein dreh brauche ich nicht dreh brauche ich meine freunde haben wir sind die party sehr gut so dann gehen wir zu den giftgrubbers meine freunde woopsie so jetzt gehen wir zu den giftgrubbers meine freunde so jetzt gehen wir zu den giftgrubbers meine freunde so und so nicht an du hast da einen kleinen anchar an oder gar und so haben wir gehen an den dungeon gehen wir zu den garten borsche borsche vulkan karaka muss jetzt aufpassen level 26 normal speedrun ok 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 let's go let's go let's go let's go macht spass das macht spass meine freunde cash errone guten cash errone meine freunde das heißt da kriege extra level mega nice dankeschön muss mal aufpassen müssen wir ihn komplett durchballen lassen jawohl schau was er da hat kleine beschwörung hat er da wow gehen wir gerade noch zu mit 8 und krach gehen wow da gibt es jetzt crash errone lecker mir haha speedrun mega nice meine freunde das nennt man sich shutteln das so wie früher in diablo 2 meine freunde durchgeschottelt 10 java food boah es ging crash errone meine freunde es ging crash errone mega nice meine freunde mega nice schon mega zu mächtig bist du schon mega muss man einfach so das ist mir gerne so let's go, let's go okay laf nummer 1 am he fucking up am bis zum moped mein freund der berge alles ist der serberus der serberus drei krepp geholt aus der helle mein freund aus der helle ganz schön klärt hängt einfach an der wund so nehmen wir die goldenen grauen alten nix da ich danke dir einmal fürs tuch segeln von serberus meine freunde das war der serberus er war meganess meine freundin meganess wurde einfach so jetzt haben wir einen anspruch schreck her war jetzt haben wir da was bekommen das haben wir sogar 4.051 das ist natürlich super nehmen und nachdem so gleich ausrüsten 3000 abtun dann können wir das verkaufen das können wir verkaufen weg damit weg damit weg damit so dass wir schauen ob das haustier schon fertig ist meine freunde machen wir ein neues haustier das dschungel ein was wir da gekriegt haben sechs minuten noch so jetzt müssen wir zu giftigen kobra zu giftigen kobra meine freunde da können wir uns ja hin teleportieren jetzt lasst schauen das war der äußere dschungel glaube ich sehr schön da brauchen wir nicht mehr so viel zwei stücke brauchen wir noch zwei stücke ohne jetzt geht es weiter jetzt geht es weiter so einmal so und so so perfekt noch mal den anspruch nicht so wenn sie die buch anwachen kerken 1 2 aber jetzt muss ich überhaupt zuerst schauen das ist beim kerken schock arme 3 3 schau mal 4 9 10 9 12 9 aroundkannte Namaste 1 9 106 9 10 11 und was müssen wir machen während sie die vulkanwache in 2 3 2 3 das ist 2 2 das probieren wir mal vielleicht finden wir eine partie meine freunde vielleicht finden wir eine schöne partie fanny blocks ist dabei fanny blocks ist dabei meine freunde und ja sonst schauen wir uns da gibt meine freunde wunderbare freunde wunderbar wir sind gleich wieder am start mit der letzte letzte kummer freunde das schon der reite der scho das ist ein bissel wieder das ganze der sascha samaner Da ist auch schon Sammler der Typ, er scheint der beliebte Klasse zu sein, scheint der beliebte Klasse zu sein, was sagen wir denn, achso da habe ich ein Bumschung, let's go, wegschatten, wech mit euch, dann Schurkenpack, Schurkenpack, das sind die Feilingen, still ist eine sehr gut was post und drauf genug putze Scheisse habe ich runtergefallen! Scheisse! Du musst echt aufpassen! Ich kann es nicht runterfallen! Falsch gedacht! Ah, das war's! Kurz und süd gewesen meine Freunde! Weg! Weg mit dir! Jetzt war die Schucke weg! Boah! Vor allem ist der ganze Bildschirm nur mehr voller Ding! Oh, da kommt der nächste Lücker Marsch! Was ist der Spicke-Dense? Ich hab den Klatschen weg den Burschen! Jawohl! So, komm's auch Burschen! Ich hab keinen Finger! Mein Pippen draufgehe! Pippen draufgehe! Scheisse! Hilfe! 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 Er rettet mich! Rette mich meine Freunde! Ah, Dankeschön! Er hat mich gerettet meine Freunde! So, geht's da bei der Mauer weiter oder? Das ist ja... Das ist ja eine Dschungel meine Freunde! Brotlast! Und drum geht's nach oben oder? Boah! Das ist schon mal geil! Das wird schon was! Wartet auf mich! Boah! Gleich schon volle... volle Begrüßung meine Freunde! Volle Begrüßung meine Freunde! Volle Begrüßung! Volle Begrüßung! Waa! Er ist dann Oma! Also, wir sind klar! Ich bin kein Aufmerksamkeit! Für laut der lila sicher nichts in meiner Freunde! Waa! Waa! Waa waa! Der ist echt deutlich! Der ist echt deutlich! Gib alles! Der ist deutlich, der Bursche! Waa! Scheisse! Das ist echt deutlich! Weck! Da magst du die Elite. Brauch unbedingt Hilfe. Aufgepasst, jetzt wird's schon nicht mehr so einfach, meine Freunde. Jetzt wird's schon nicht mehr so einfach. So, weg mit der. Hat auch für lauter Lila sicher nichts mehr. Für lauter Lila sicher nichts mehr, meine Freunde. Für lauter Lila sicher nichts mehr. Boah. Ah, das war schon. So, wunderbar. Aufgepasst, wir sind voll der Fokus, meine Freunde. Voll gefokust. Boah. Ist schon mega. Muss man einfach so. Ist mega. Gut muss. Na, lecker. Na, lecker. Was muss denn du da? Na, lecker. Was muss denn du da? Na, so lecker. Was? Was? Was ist der letzte Sekunden? Was ist der letzte Lila? Aufgepasst. Was ist das? Sollte geht's weiter Let's go meine Freunde, let's go, let's go Let's go Wir sind beim Boss angekommen Wir sind beim Boss angekommen Wo ist der Boss? Wo ist der Boss meine Freunde? Schatten von selber raus meine Freunde Schatten von selber raus Weg weg Ah scheisse Scheisse Das ist beabsichtig Das ist beabsichtig meine Freunde Weg So Wir haben es geschafft, sehr gut Wunderbar wir haben es geschafft Was ist das? Holet mir, holet mir meine Freunde Wir haben es geschafft Dank Funnyblocks Dankeschön Puh Es gibt was Graues meine Freunde Und was Graues gibt es Die Coburglinge Fortsetzung Nächster Und Nein meine Freunde Nein So Anspruch Dann haben wir noch was bekommen Dann haben wir noch was bekommen Besiege rote Grobbilder In words Wai Ja das ist jetzt das nächste Und das können wir sofort verkaufen Jetzt können wir das gesperrt Verkaufen Und was macht jetzt der Schaden 541 Gehen Ich mach den zur Manhand Dann können wir den Verkaufen Sehr gut So jetzt schauen wir uns an Wo der Ding ist Der Der Batman Ah Der Batmaster Der Der Batman meine Freunde Der Ben So Let's go Wenn wir zur Dschungel ein Rausholen meine Freunde Dann werden sie das Bett ausrüsten Was haben wir denn da gekriegt Was ist denn das ein Froggy Froggy Das ist ein Froggy Oder Frogger Haha Frogger Das ist ja geil was hat auf der da Kratzer Ich glaub dem Bull ist das gleiche Ich glaub das kenn ich mich mit meiner Frau Nein Iches Kennen wir mich mit so Hast du jaf für den Let's go Ich bin Ich bin Ich bin Das ist aber Ich bin 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 Baisen, da dröben erbaisen, ja, ok. Wir müssen auf jeden Fall sein, dass du mal auf Stufe geupdatet. So, wenn wir navigieren, dann müssen wir ins Äußere, ins Äußere kennt, meine Freunde, ins Räußere kennt, müssen wir. Let's go! Lass uns mal schauen, äußere Dschungel, glaube ich, ist das, meine Freunde, der äußere Dschungel. Gar nicht einmal, also nein, das ist ja die Burg. Die Burg ist es, ja genau, die Burg. So, nein, wir gehen auf, ja, perfekt. Schauen wir uns mal eine geschnippelte Quest, was wir zur Seite haben. Wir gehen auf, ja, 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 wir let's go welt event gehen wir zu dem welt event mein freund war das ist geil das ist geil das ist echt geil geil spielen kann eine runde trinken ja So fahren die da nacht. Ah, da haben wir noch fest. Ich glaube, es gibt 30 Worte vor. Perfekt. Habe ich komplett. Gegenpunkt. Ah, Habe ich. Die haben wir gerade Gilde. Oh. Habe ich das mit 23. Das ist gut. Täglich haben wir abgeschlossen mit einem Freund. Wenn wir 25 dies bekommen. Perfekt. In der Woche kann man 50 Punkte erhalten. Die Trelle machen wir sowieso nicht. Aha. So, jetzt gehts gleich los meine Freunde. Jetzt gehts gleich los. Jetzt gehts gleich los. Jetzt gehts gleich los. Wow. Die Runde hat rein. Bitte drücken. Bitte drücken. Wow. Jetzt bin ich aber weg. Jetzt bin ich weg. Sonst bin ich tot meine Freunde. Wow. Alter Falter. Alter Falter. Lassen wir uns aufheilen meine Freunde. Lassen wir uns aufheilen. So muss ich dann vollgehält, meine Freunde. So muss ich dann vollgehält, meine Freunde. Okay, der ist weg, meine Freunde, wir haben es, sehr schön, perfekt, so, was haben wir gekriegt, 502 oder 50G. Oh, das ist offen, meine Freunde, offen, ich gehe nicht, ich weiß, dass es am besten ist, aber... Es ist morgen am liebsten als so, meine Freunde, es ist morgen am liebsten als so. Sehr schön, wunderbar, meine Freunde. Wunderbar. Gehen wir zu Gifflumen, meine Freunde, gehen wir zu Gifflumen. Gehen wir zu Gifflumen. Gehen wir zu Gifflumen. Gehen wir zu Gifflumen. Ich sehe die rote Koppel, der in Bör 2 war, ich habe jetzt eine Waffentruhe. Gehen wir zu Gifflumen. ja da muss man echt reingrenten da muss man echt reingrenten da muss man echt reingrenten meine freunde super reingrenten let's go freunde der nacht let's go oh mega let's go aber mag ja des lichts glaub ich sag uns gern ich glaub ich mach als nächstes noch mag ja des lichts the mage of light meine freunde the mage of light orda wassakia so geht auch her orda let's go meine freunde let's go durch meine metasches metasche lauf metasche lauf meine freunde metasche lauf so es geht los einfach rein weg machen meine freunde oh mein drauf tutsch x maus rein let's go let's go meine freunde einmal durchbuffen let's go haaa wusterbar meine freunde wunderbar was haben wir denn schönes krieg 4.639 Ja, den kalten wir jetzt auf jeden Fall immer Ich muss ja dafür blechen 1.700 Für ein extra Prop, das dauert man schier gebrochen Das wird man schier gebrochen So, wir sind jetzt Level 29 meine Freunde So, wir sind jetzt Level 29 meine Freunde Cache Lecker, lecker, lecker meine Freunde, lecker, lecker Perfecto, Mundo meine Freunde Perfecto, Mundo Es kommt ja los Ich geh jetzt auf jeden Fall Perfekt der Freunde der Nacht hier geht es richtig die Luzi ab, meine Freunde, hier geht es richtig die Luzi ab. Wow, tun wir ein bisschen Ruhe, genau, jetzt sind wir kurz das da machen. Na, das habe ich rasten, das passt. Sehr gut. Wunderbar. Da kommt nicht mehr, kommt bald, meine Freunde. Darf wir uns da jetzt teleportieren? Da haben wir da jetzt einen Anspruch, gehen wir die Teleporter zur dritten Welt. Aha, da gibt es 10. Das heißt, das nackte, was ich habe. Da hat 5,41. Ich werde hier die Luzi ab, meine Freunde. Den Grabturmkerker Den müssen wir machen Das machen wir noch nicht mehr selber, dass meine Freunde selber das haben Ich muss noch ein bissel Items kriegen meine Freunde Wunderbar So, jetzt geht's klar los, meine Freunde, jetzt geht's klar los Jetzt geht's klar los, meine Freunde Das ist weg Das ist weg Das haben wir schon wieder So, wir haben meine Freunde Wir haben was bekommen, meine Freunde 732 732 meine Freunde 732, das ist ja Wahnsinn Das ist ja mega 732 Das heißt, das kann man verkaufen Der hat so gerne zum Kerker ULKAN WULKANER DA Klonstoffe Gegenstände Ja, das passt eh Start, FindePartei, bitte geh etwa mit Bitte geb Etwa mit, VUKAN 65 das glück ist uns halt das glück ist uns halt braucht einfach bestreckt dass mir die zwei typen das einfach ein bisschen weg klatschen können ah also awesome awesome nice so was somebody doesn't let's go let's go on a freunde es geht los es geht los es geht los ich muss ja gut perfekt let's go let's go let's go let's go das geschichte das wird er für klasse mit der mega klasse meine freunde weg mit dir mein freund dabei gehen weg mit dir ich habe keine ahnung was er für ein klatschbild mit zwei mit zwei schauen mit dieser schutzschild in er ist nicht so geil das muss man schon so das mega das einfach mega meine freunde deshalb super mega das beste vom besten sind meine freunde ich habe gar keine ahnung was der verklatschbild meine freunde ich habe mir auf mein oz das ist selberruss Was ist okay? Wunderbar meine Freunde wunderbar wir haben es geschafft meine Freunde wir haben es geschafft so ausgewählt was grünes hauptsache es macht schon meine freundin es muss einfach so muss es machen meine freundin genauso schauen wir sowas mit der grecker 624 eine freundin 604 der rüste sofort offen auswenden so dass wir sind die urschau seite kosmetische fügel 5 wollen wir das machen wir müssen einfach rein gehen meine Freunde da müssen wir einfach rein gehen meine Freunde Alice les pro Filme meine Freunde les pro Filme les pro Filme les pro Filme les pro Filme let's go und ich habe Passport auf das hier spielen wieso ist dein ganzes creep level 1 ist ja nicht level 1 ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wieso sollte das level aus sein meine freunde da steht einfach nur level das heißt nur level das ist ihr bahnhof und man das heißt lebt das ist nur level nur level als lvl und fremdweige ich habe es schockst nur lvl sie ist nur lvl lvl ist ein großes l und der kleine selle am schluss meine freunde let's go so zeig uns was du kannst wenn ich bin zeig uns was du kannst so muss die warmste fertig let's go wunderbar den haben wir schon meine freunde den haben wir schon ich habe nur von avi gespielt habe er ganz falsch hingeguckt was ich ganz selber so das ist total irritierend wenn man einfach lv und dann 1 für level 1 der weiß doch nicht so keine ahnung wo ist der aber lass mich halt bei mich spielen ja lass mich mal spielen ich habe mir nicht mehr ich habe nicht mehr gespielt let's go meine freunde let's go let's go wunderbar so macht er spass so schön wir haben alles meine freunde let's go und F dazu meine freunde F dazu let's go das war sehr schön das ist wunderbar meine freunde wie das da lebt da lässt mir sogar aber nichts als mitspielen das ist ja geil sehr schön das scheint dass ich irgendein magier zu sein meine freunde dass diese fähigkeit hat als andere kann man das gar nicht sehen kann ich vielleicht mitspielen aber momentan leider nein mein freunde Berge ist schön seit ich selber noch ein bisschen so steht da noch ganz schwach auf den füßen meine freunde Berge aber später sicher mal machen wir mal ein reines community dass wir mal die leute mitspielen können was man aber momentan bin ich mal ein bisschen dies das was die so meine freunde ich hoffe du verstehst das so der macht schon der Bursche der macht schon man muss aufpassen was der Bursche da angeht so sehr schön wunderbar let's go mein freunde Berge let's go wunderbar keine ahnung was da tut was ich da ausgelockt oder was kann ganz leicht sein wir müssen alleine durchsprechen okay let's go perfect was ich hab auch problem da werden wir immer einfach immer besser da werden wir einfach besser da werden wir einfach besser da werden wir einfach besser so und wir durchhallen lassen bitte so und rein und rammen von der Bage so Und den da mitnehmen, so, raus rein. Machen damage, machen damage, boah, boah, boah. Ah, da hat die Bandansche verlassen, okay. So, perfekt. Wir sind auch gleich, machen wir es jetzt selber, meine Können. Machen wir es jetzt selber. Sehr schön. Perfekt. So. Machen wir durchhellen, bitte. Und da gibt es ja schon ab zu selber raus, oder? Sonst haben wir durchhellen, jawohl, let's go. Let's go. Okay, jetzt kommt die. Ein bisschen zurückklappen, meine Freunde, dass nicht uns daher schwirrt. Den rein, bloß drauf. Aber die gänge mit Cs ganz gut, meine Freunde, die gänge mit Cs ganz gut. Die gänge mit Cs ganz gut. Die gänge mit Cs sehr gut. Aber die gänge mit Cs ganz gut. So, eine andere rein, perfekt. Puh. Es klingt jetzt noch problematisch, wenn wir selber das. Oh, das ist doch ein paar Sekunden. Perfect. Let's go, mein Freund. Let's go. Ah, ich bin ein Klinger, wie ich mochte. Haha, wie me. Aber er ist gut gegangen. So, einmal weg. Einmal ran, meine Freunde. Jawohl, jetzt haben wir es gut ausgeteacht. Perfekt. Einmal durchhalten, bitte. So, einmal so, dann ich so. Perfekt. Weg ist er. Weg ist er, fremde Berge. Einmal so machen. Wenn du weißt, wie er geht, geht er schon, meine Freunde. Sehr schön. Okay. Ich muss meine OTTs durch. Okay, jetzt geht es zu Saboros, meine Freunde. So, Saboros. Let's go. Let's go. Das ist ein Peserbaros. Let's go. Das ist ein Peserbaros. Ich habe keinen Hauch an Schoß gegen selber aus. Ich habe keinen Hauch an Schoß. Ich habe keinen Hauch an Schoß. called. Wo oh oh. wo 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 wo. Ich brenne. Ich brenne, meine Freunde. Ich brenne. Ah, verbindung getrennt. Aha! Das ist was anderes, meine Freunde. Let's go. So, das geht jetzt. Jetzt zijn wir da, meine Freunde. was hast du denn? boah weg, bis du wüsst, was haben wir echt dort weg, weg, weg 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 kratten wir schaffen, wir können uns nicht schaffen jetzt ist er weg, wir schaffen den, oder, wir schaffen den gesollert, gesollert meine Freunde, das ist gar nicht mal so ungefährlich der Typ, das gar nicht mal so ungefährlich, aber wir haben eh komplett gerippt, aber jetzt weiß man auf was man achten muss, oh, ich habe was grünes, was grün ist meine Freunde, nein meine Freunde, nein, 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 ich wollte es mal verkaufen, jetzt haben wir selber raus, haben wir zur Seite, haben wir jetzt zwei Mal, sehr gut, es gibt natürlich wundervolle XP, meine Freunde, wundervolle XP gibt es da, man fängt da rein, so, also dann, Klassen, und da brauche ich 75, man kann jetzt mal schauen, weil da mal, ja, das mit der Kopp, in Schwerke, eine Risse, Beschwerke, ein beschwerer Kopp, also, die Kopp, in Schwerke, Ne, ja, drachen waren zwar seine thema die mann war schon so meine freunde auf geht's an karka auf geht's an kark haben könnte selber los mit drei prozentige chance dass am mantel der blut sind die parten die parten vielleicht lauft die man mit vielleicht lauft die man mit meine freunde laf kran er mitt mest með sömörmörg mega næs muni freundi og var mega næs so let's go let's go also die sind jetzt echt grau problemen momentan perfect okay 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 Da geht aber hart rein. Da geht hart rein, der Typ. Da ist hart rein gegangen, meine Freunde. Da ist hart rein. So, ich brauche ein bisschen hellen, meine Freunde. Könnte mich hellen. Ein Schmack. Well, weg! Die Schlen Len waren nicht rein, das ist gut. Welles gehen Sie nicht weg? Becker. Ich hab halt hellen, hellen, hellen. Becker, weg. Borsche, geil. Ach, was ist er, ich stehe draußen rum? Nein, nicht aus und alles. Da oben ist die Hand, meine Freunde. So, dann klatscht man die da weg, sehr schön. Weg mit euch, weg mit euch meine Freunde, weg mit euch. Let's go. Boah, ist der Elite-Typ da? Gibt's das? So, weg mit dem Schmutz. Was? Borsche. Schon wieder das Gleiche. Oh, weg mit dem, meine Freunde, der Berge. Ja, fängt. Plip-flap. Wunderbar. Let's go, meine Freunde, let's go. Runter zu Cerberus. Hier. Habe ich auch gewusst. Borsche. Perfekt. Da wär's auch weg. So, dann kommen wir uns den da, meine Freunde, kommen wir uns den da. Lass ihn, der ist weg. ich glaube es ist ein Labels weiteres geworden meine Freunde, Labels weiteres ist sehr schön so jetzt heisst wir machen sie stärker, gehen dahinten auf 1 schlitzen den da weg, machen Flappy Flappy weppy meine Freunde entwecken komm her meine Freunde Berge, komm her let's go Flappy Aschen So und das war's, let's go! Tschüssikowski, das ist ein Wienimmer. Ja, selber ist meine Freundin, du willst kein Wächter. So, das macht meine. So, das macht meine. so müssen wir selber das verfolgen bis jetzt haben wir es gut gemacht meine sehr gut gemacht so aufgepasst fx den roten raus jawohl jetzt fast verpasst was das war aufpassen das muss man aufpassen weg gerade waren wir jetzt arme tot arme tot meine freunde das kann ja vorkommen so kann ich da zumindest so was macht das war sehr gut ok bei der zweiten phase das irgendwas so missgünstiger sogar der bafen weg ist aber wir haben jetzt was grün ist geil agile ritter ist da perfekt was das muss man schauen machen wir noch einmal spielen wir noch mal selber das meine freunde noch mal sauber das ist aber das meine freunde haben wir machen viele leibler und alles 5.000 5000 5.000 und wir 5.960 so schuke wir rüsten die immer aus wenn es nichts sein soll können können wir so machen jetzt kommen meine freunde let's go let's go let's go mega nice meine freunde keine namen ist aber gut tja brackenbauer meine freunde tja brackenbauer wager na Minute 8.0 und 4.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 23.0 24.0 23.0 25.0 24.0 23.0 23.0 24.0 25.0 25.0 Wir sind jetzt voll im Asse-Modus, meine Freunde. Let's goooo! So, eins sagt mir, meine Freunde. Alles, was zu suchen kommt, muss uns da irgendwann gleich zerstören, meine Freunde. Sehr gut. Hahaha. Flappy Bird, meine Freunde. Flappy Bird. Let's go, ausaktivieren. Jawohl. Strategisch wichtig und richtig, meine Freunde. Strategisch richtig und richtig. Wir haben mal reingesalzt, aber wir müssen dann auch schnell durch. So, let's go. Haben wir alles. Wir haben alles mit dem Fertig. Geht haben wir, auch ein Mas. So, wunderbar. Let's go. Charge hin. Sehr schön. Sehr schön, meine Freunde. Da geht's da hin. Da geht's richtig ab die Post, meine Freunde. Ich glaube, die Post. So, einmal durchhalten, meine Freunde. Auch mal so richtig schön durchhalten. Geht schon einmal so. Einmal so. Genau, jetzt ist alles im Marsch. Jetzt ist alles im Marsch, meine Freunde. Sehr gut. So, jetzt geht's schon wieder in die Richtung. Cerberus, meine Freunde, in die Richtung. Cerberus. Ah. Mega nice hier spielen, meine Freunde. Macht echt Spaß. Das ist alles. Schatz. Das ist ein Marsch. So. Perfekt, jetzt gebe ich uns hier 1, jawohl, wunderbar. Ich habe eine Delegation, die Folterbüste. Ah! Binna! Poh-Shi! Poh-Shi, 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 Poh-Shi So, jetzt einmal durchgehen, meine Freunde. weg aufpassen weg weg scheisse 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 da hat scho in sich ich wollte jetzt einfach zu viel Wollte ich jetzt einfach zu viel, meine Freunde, ranchargen, muss ich selber was verfolgen. Ja, kann man nicht alles haben, meine Freunde, wir können nicht alles haben. Boah, so, weg, 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 weg. Wegbost, weg, 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 weg. Wegbost, weg, 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 weg. Ge Cabinet, weg, weg, weg. Wir haben ihn! Wunderbar! Wunderbar, wir haben ihn, meine Freunde! Wir haben! Wir haben ihn! Puh, der ist gar nicht einmal so ohne! Der ist gar nicht einmal so ohne, der Bursche! Vielleicht nehmen wir mal den da! Mach ein besseres Schwert, meine Freunde! So, was sagt jetzt der Quest? Zeit! Ah, wir brauchen auch noch, meine Freunde! Nächster! Spiele noch einmal, meine Freunde! Spiele noch einmal! So, was haben wir es? krieg 716 das ist natürlich sofort das offhand meine freinde 4.051 es geht optimal meine freunde kaufen so last run serverless meine freunde let's go let's go wir sammeln jetzt alle zusammen meine freunde das ist wahrscheinlich sogar effektiv auch klatsch uns die da so weg perfekt dax my dear Aber da ist der Busch hier. So, ich bin hier in der Busch, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. ich zeige was genau das ist mega nice wenn ich freunde weg mit dir So schön, weiter geht's meine Frende. Ich hoffe, dass du ein bisschen da bist. Ich hoffe, dass du ein bisschen da bist. Perfect. Ich hoffe, dass ich drin bin. Schöne Leute, Schöne Leute Leute Schöne Leute So, da las geht's da runter meine Freunde Dann nehmen wir die da so. So, haben wir die ganze jetzt da geschafft, meine Freunde. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt ein Vergiftungsschwerter. So, wir sind jetzt alles beieinander, meine Freunde. Wunderbar ist das gegangen, das ist ja mega nice. So, auf geh jetzt zu selber raus, meine Freunde. So, das heisst wir müssen als allererstes Arm, sofort was rein drücken, meine Freunde. So, jetzt können wir durchheilen. Mal ein bissel warten, wie du jetzt nicht sterben. Wie du jetzt nicht sterben, meine Freunde. Einmal durchheilen, meine Freunde. So, einmal durchgeheilt. So, ein Schluch genommen, meine Freunde. Durchgeschmerzt. Sehr schön, meine Freunde, sehr schön. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Wohin das geht. Wohin das geht. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Wahrscheinlich noch einmal sterben. Wir müssen nichts zum heilen haben, meine Freunde. wir können es schaffen, wir können es schaffen, wir haben es geschafft Gott sei Dank ohne zu sterben wir sind trotzdem gestorben, wir sind trotzdem gestorben, so dann haben wir gecleared meine Freunde, nehmen wir den da, ist was blaues innen, schau okay kuhl okay so ha 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 windum berechtig meine Freunde oh aha aha Schaut cool aus aber brauche ich ihn nicht So schön Mal schauen was er schulden macht 7.57 7.16 Machen wir das als offhand Meine Freunde So verkaufen wir So also selber was haben wir Erledigt meine Freunde So jetzt machen wir da noch Weltposse Bisserle Ach ja so sieht die Maus Mal schauen wir uns da Hier sind die Tanschen So schauen wir uns gerade nicht noch an Was wir da Seite haben Rote Kuppeln durch hätte gebracht Ob ich sie getragen habe Gar nicht da selber das haben wir komplett Wunderbar meine Freunde Wunderbar Ich glaube momentan ist da nichts Oder Ja Sollte man es Welt Teleport Ähm Sprachen lernen babbel Ähm Sollte man es doch nach Welt 3 Teleportieren müssen Spielen doch Teleport Teleport Transversalist Teleport So World 3 Teleport World 3 Teleport Transversalis Teleport Wow Wir sind da Wir sind Leber 34 Cool Oh Ich kann nämlich Teleportieren Und nirgends So Jetzt müssen wir schauen So dann haben wir Wir kriegen ja was genau So perfekt Ich kann Besiegt die Wolle Marmuse 3 1 Jetzt für das nächste Wenn wir brauchen wir 75 Das ist das Kristallei Besiege Eiseguss Da können wir schauen Dann können wir Dann können wir Automatisch dahin Automatisch können wir dahin Schauen wir da schon eine Chance haben Das sieht schon mal mega nice aus So mal Ich mach mal riesiger Dann scheint ein Pass zu spannen meine Freunde Ein Pass Ein Pass scheint da zu spannen Was tut der da? Oder auch nicht Man weiß es nicht Kleine Abo Deppertesse Weiß man nicht Jetzt müssen wir schauen was da eiseguss gibt meine Freunde Eiseguss Wie viel brauchen wir? 40 Navigieren uns weiter Zu eiseguss Ah da sind sie Da bin ich sehr gespannt Der Esker Ja locker meine Freunde Locker 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 von Hocker Eiseguss Mega nice meine Freunde Oh ich mach schon Mach schon Damage Was kommt durchs da her? Ich mach wieder nicht Boah Kristallspinner 35 Lecker 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 Wir haben jede Menge zu tun meine Freunde Jede Menge zu tun Wunderbar So Gut Gut meine Freunde Wir haben einen Haufen Geschen Säuberes herangemacht Anmaß Ich muss noch ein bisschen aufleiten Ein bisschen durchgerannt meine Freunde Ich sag Danke fürs Zuschauen Like kein vergessen Und ich sag Danke Ciao Servus und B'baha Bah Bäääää Bäitive Untertitelung des ZDF, 2020